Oh, ein Anruf. Na gut, das kennen wir ja. Ja, aber nicht jetzt. Das ist ziemlich zu weit weg. Ich hab nachgeguckt. Gut, damit dann herzlich willkommen. Jetzt mal zurück zum Let's Play GTA San Andreas. Ja, wir machen die Warte mit der nächsten Mission. Rareflowers in your hair. So war ist die nächste Mission. Das ist ein Mute-Arsch. Das fucking Snake ohne eine Tongue. Ich habe mir diese Scheiße anstatt von einem Pinkslip. Ich muss mich der größte Idiot in der ganzen Welt. Holmes, mach es einfach. At least wir sind live. Karl, Freund, Pellow Traveler. Relax, Mann. Du bist wirklich zuerst meine Füße hier. Ich bin sorry, dass ich deine Füße auf, Mann. Aber ich kann nicht warten, um meine Hände auf dem Mute und dein B******fusen zu machen. Mein Cousin? Du schützt meine Familie? Das ist schlecht, Mann. Ich bin einfach für alle von ihnen. Ich meine, wir sind in einem gewissen Ort. Wir haben sch*** zu unserem Namen. Und für einmal, ich versuche etwas zu machen in dieser Garage, und es ist nicht sogar eine Garage. Dann mach es in eine Garage. Oh. Das ist eine gute Idee, Frau. Wieso? Jau mal was. Du wirst es zu sprechen, Karl. Du bist ein f***er Idizent. Du allmedetst hast du etwas für nichts. Und nun hast du etwas und du wirst es nie wissen, was damit zu tun. Wir werden es gut genug machen. Wir werden es helfen, oder? Wir haben deine Seite, CJ. Komm schon, stoppst dich, Mann! Du beide. Wow! Die Energie hier ist sehr fantastisch. Oh... Oh ja, ja, ja. Tumme, ja. All right, but how I'm upon some good mechanics to work up in here, man. I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Oh, man, I'm about to ride with this fool again. Joop, scheinbar. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. We're going to get into the car. Hey, man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89F-11. So, we're going to get into the car. I'm heading to the car. You can fly to the car. A quart of mesclined vat. There on where is? I guess we're going to get the fire in. Polar bears? Polar bears? Yeah, go figure. I'm going to get her funny. I'm going to get her to the car. Who's here? Who's there? Super. Komme ich da hoch eigentlich oder komme ich auf die Autobahn oder was? Was ist denn da hier? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir einen kleinen Umweg fahren, dann fahren wir die nächste jetzt rechts. Die große jetzt hier rechts. Scheiße, die roten Ampel ist eh uninteressant. Die GTA-Rote Ampel ist eh ziemlich uninteressant. Die war jetzt sehr unwichtig. Ja, ich weiß, ich war gerade in die absolut falsche Richtung. Ich hoffe, dass ich hier eine Möglichkeit habe, aber auch kurz zu wenden. Schlimmer wäre ich auf deinem realen Leben. Wir kommen also noch nicht final über die... Warum fahrt hier eigentlich immer so eine Rotze zusammen? Das war mir klar. Oh, du kommst mal. Hopp in, Mann. Ich habe dir einen richtigen Arbeit gebracht. Hey, Trist, Mann. Mann, will ich dir das Geld? Ich schweige, dass ich das Raubt bezahlt, Mann. Nein, Mann. Wir sind gut, in der ich auch nicht. Jethro, Karl. Karl, Jethro. Was's up, man? Können wir nach dem Hospital? Es ist in Santa Flora, West of here. Ja, bist du sick? Nein, das ist der Regierung. Aber das ist eine lange Geschichte. Also, wie ist das Problem, Leute? Ich habe die Garage in Doherty, bei der Waste-Granze. Du kennst, Auto-Mob, Lowriders, all das shit. Du schuld? Du Polar-Bear-Shit in den Wald. Komm, müssen wir diesmal hin. Geradeaus durch. Links, links. Und dann immer geradeaus eigentlich, okay. Da ist eine Pizza-Stop links. Und hier. Dann die... Dann die Variante ist eigentlich immer geiler aus jetzt. Jetzt fangen wir auch an, ein bisschen neues Gebiet zu erkunden. Und da vorne müssen wir hin. Das ist noch sehr wenig bisschen in dieser Mission, muss ich gerade mal sagen. Fett. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You're tripping the game. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Hm. Come on, dude. We saw a letter Bob. You don't want a... Das freu ich mich auch gerade. Do you know what a subdermal neurophone is? Oh, mein Gott, Alter. Das ist jetzt irgendwie wieder abbiegen oder so. Das ist jetzt so die Straße. Oh, okay. Das ist die Straße runter. Hier müssen wir hin. Okay, wir brauchen wieder einen Typen. Der ist, der raucht sich jetzt mal ein. Boah, der ist die halbe Stadt geschickt, ja? Der ist ja nur am rumfahren, nur von da, oder? Okay, next stop, Copstation downtown. What? You want your mom? Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Wow, okay. But you're starting to freak me out with all that spaceship, man. Gut, wir fahren mal jetzt weiter. Also, ab zum nächsten Punkt. Das ist das Polizeirevier. Wir müssen mal fahren. Okay, jetzt sind die Kurve da links, rechts. Okay, das ist ja schon auf der Map eingetragen. Das war mir fast klar. Das ist normal, wenn die Kurve und die Karte muss sich an die Wand drehen. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Gut. Okay, we're good to go. Where to next, Spacehead? Oh, I like the next point. Okay. Das war mir auch gerade. Du bist ja für die Karte gesprungen. Wo muss ich jetzt hin? Okay, bis Ende durch. Okay, das krieg ich hin. Jetzt links. Ich sehe das größere kreuz in rechts. Ich sehe das größere kreuz in rechts. Ich sehe das größere kreuz in rechts. Okay, dann werden wir dann einmal da rum. Aber da komme ich geradeaus durch. Da brauche ich nicht einen mega Umweg zu fahren. Was ist denn hier? Ach, die du. Der fährt mit seiner Drohne oder was? Ich spiele euch. Wie spiele ich jetzt Karl, die Taxifahrer für ein paar Idioten? Fahr mir doch ein bisschen noch in die Karre, du Idiot. Ich glaube, hier war auch. Gut. Lass mich raten. Und das war jetzt alles mit der Mission? Das war jetzt alles? Das ist Jethro, Dwayne, und Zero. Hey, man. Dude. Salutations, mein sibling. Orale, let's get to work. Hey, hey, Karl, look. Ich denke, ich habe eine Chance für uns zu verhören. Ich bin nicht in kein College zu studieren, keine Account. Nein, Idiot. Property. Decoratung ist nicht genau mein Ding. Nein, Property Development. Look, du achst ein Dumpf wie das, fixst es und verkaufst es. Oder besser gesagt, du schaffst ein Dumpf wie ein Business. Der Schnee wird größer. I don't know, sis, this all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on his feet. And when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to store. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man, you chose her, I'm stuck with her. Das war alles. Jo, da haben wir jetzt Taxi gespielt. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder bei Let's Play GTA 7 Adverse und dann hoffentlich mal mit was Richtigem. Bis dann, tschüss.